Der Strand ist relativ voll natürlich bei dem Wetter. Wir haben ja auch Feiertag. So leicht wellig, aber eigentlich nur da, wo die Felsen nicht sind. Es ist ziemlich auffällig, dass da, wo die Felsen rausgehauen sind, auf die Wellen reinbrechen. Da hinten schwimmen auch Leute, aber so viel sind noch nicht im Wasser. Überall da, wo die Felsen raus sind, ist vermehrt der Wellengang zu beobachten. So leicht. So leicht. So leicht. Oh, oh, oh. Ja, teilweise ist es aber schon, nur vorne. Ja, teilweise ist es aber schon. Ja, teilweise ist es aber schon. Ja, teilweise ist es aber schon. Na, schon hoch teilweise, ne? Da ist das ganz schön viel durch. Ja, teilweise ist es aber schon. Ja, teilweise ist es aber schon. Ja, teilweise ist es aber schon. Ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn ich nochmal Geld wechsle. Ich muss ja den Gartenschlauch bezahlen nachher. Das ist auch gut, ne? Aber schöne Idee für abends, ne? Ja, tagsüber ist es schon warm, wahrscheinlich so ein Sesse. Ich komme jetzt da am Dienstagsbasar raus. Das ist eigentlich ein bisschen weiter als ich wollte, aber ich dachte mir, ich drehe so ein bisschen nochmal an der Promenade. Ja, am Strand ist mir das jetzt zu voll. Ja. 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 Hier geht es mal rüber. Hier schaffen wir es noch. Auch ein bisschen Rutsch. Ein Problem. Ein Problem. Ein Problem.